Sehen willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren internen Runde Modern Warfare Remastered mit Saxur, Lekunlandadus und Frizi. Hallo Leute, die Teams sind gleich geblieben. Zufällig. Gesundheit. Gesundheit. Achtung, da liegt eine Granade. Bei A ist einer drin, direkt bei A. Zwei Leute. Noch einer war da draußen vor A. Frizi rechts von hier quasi. Das Aufnehmen finde ich nicht so geil. Ich hab's nie gemacht. Leider wurden alle verreckt, ja? Direkt da drin. Direkt da drin? Wann wirst du heute da schon sein? Einen hört man auf jeden Fall. Ich bin rechts. Da war er draußen in der Mitte. Los uns doch. Boah, direkt. Also direkt in der Mitte sagste. Hier. Er ist oben. Er ist in der Mitte, unten, rechts. Ja, er ist oben. Falschhaden ist in dem Spiel enorm. Okay, aber nur ein bisschen weniger als in MW2. Gute Arbeit Team. Bereit machen für die nächste Runde. Hätte ich noch nicht. Allein, dass es kein Headshot war, Alter. Wo denn? Die ersten Schüsse waren direkt drauf. Der letzte war vielleicht einer. Da war aber schon tot. Voll aufs Knie gezielt. Hops, war kein Headshot. Er ist in der Treppe hochgelaufen. Ich nehme die warum nicht mit. Ich hab'se. Verschreiten also, ey. Ich bin. Ich bin. Richtung B unterwegs. Habe ich. Draußen auf B an der Straße kommt jetzt in unsere Richtung. Ja. Hast ihn gesehen. Komm ran. Sag mal was an, Early. Lebst du noch? Early lebt noch, ja. Bei B und einer ist rechts von B in diesem Haus, wo man an einer Seite die Treppe hoch kann. Einer ist oben drin. Wir müssen uns jetzt beeilen. Mach def, mach def, mach def. Nein. Halt ihn einfach nur sekundlich auf. Nein. 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 Schafft er nicht mehr. Doch doch. Leider schon. Achso. Ich wusste nicht, dass man da rein kann, wo er rein ist. Vier Sekunden brauchen wir da? Aber das hört man. Boah. Acht Sekunden waren es noch. Pits. Hast du den Timer höher gestellt irgendwie? Äh, 45 Sekunden insgesamt. Ist das jetzt höher als eben? Ja. Aber das ist zu viel. Also eigentlich ist es 30 müsste sein. Aber er hätt immer noch. Du hättest es nicht geschafft. Du hättest es nicht geschafft. Ach, scheiß Schild. Ach, wieder ne Kackgranate. Ach ja, Friendly Fire muss ich noch anmachen. Das ist eines, was ich vergessen habe. Ja, das ist aus. Ich weiß es nicht. Ist aus. Ist aus. Ich hab noch keinen Team Attack gemacht. Rechtsaußen eingetroffen. Ja, der ist wieder zurückgelaufen. Uh. Friendly Fire muss ich noch an. Der ist nicht zurück. Also einer ist? Ah. Da noch. Links. Einer ist bei B fast. Das ist Kundan bestimmt. Japp. Einer ist noch auf B unterwegs. Nein. Schön. Er kommt wahrscheinlich von oben, denke ich. Aber nicht sicher. Moment, das heißt der andere ist ja auch da. Sonst wird die Aussage können sind. Ja. Oben im Haus. Wollte ich eigentlich mehr sagen. Da steht er schon. Ah ja. Jawoll, Early. Ja, mit der letzten Aussage hättest du aufpassen müssen. Ja, das kann immer schnell sein. Nee, die letzte Aussage. Diffuse halt nicht die Bombe, Early. Aber jetzt nehmt keiner mehr. Ja. Das weiß ich ja auch nicht. Dass du zur Bombe gelaufen bist, hab ich gesehen, Dardosch. Ja gut, aber trotzdem. Dalu zumal. Ich dachte aber, du hängst. Ich war bei A noch. Ich wusste nicht, wo er ist. Ich hab mir nicht rüber gerannt erst. Das passiert aber oft. Aber es kann ja auch alles fake sein. Ja, dann wusste Dardosch dadurch, wo Herr Early kommt. Also, wenn ich nix ansage, wird er vielleicht einfach erschossen. Du hättest sagen können, hinter dir oben. Oder so. Weißt du, was ich mein? Dass er nicht weiß, wo ich bin. Aber ich weiß, wo er ist. Komm, wo bleiben die Granaten-Kills? Hinten durch. Hinten durch. Hängt einer links vom B. Rechts. Ach da, Leute. Hast du Deathcam ausgemacht? Ja. Außer die Finale. Ne, aber dann dies ja. B. B, 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 B. Ich plane zumindest einer. Sagst du, ich plane oben jetzt bei A. oh man nein oh gott ja nur noch da du komm der liegt an der boh komm 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 schon ey komm doch nicht sein oh eine snipe schön liegen bleiben ah das war knapp erst zur a glaube ich erst glaube ich zur a das war knapp freezy lass dich nicht von dir verarschen boah du hast mich fast gehabt jetzt läuft er wahrscheinlich gerade wieder zurück zu b ich kenn ihn noch jetzt hab ich probiert nice schön freezy nein nein ich war die ganze Zeit da ich war die ganze Zeit da gewesen also nicht hinter der Kiste aber rechts in der Ecke sehr gute Runde der Ton dazu ja von euch hat man eigentlich diesen ganzen Müll mit in den Koffer gelegt boah das ist jetzt das neue iPad Note 7 da oder ne das Galaxy Note Samsung Galaxy ja destroy the objective we've got the bomb oh nein oh nein oh nein oh nein hahaha ja wieder einen halben Kilometer weit weg das ist so schlecht man Leute kommt mal zu mir die waren A 2 Leute ja ja hast ihn gesehen ne Freezy ne der ist links vorbei ja ja der ist links draußen wahrscheinlich ja noch einer aus deren Base Richtung A ja schade er stirbt nicht er stirbt nicht wovon denn auch hast mich getroffen hab ich auch nicht getroffen haha bei mir war ich voll drauf vorne greift er Gott ja ja die Deagle ist ziemlich stark ja aber 3 Schuss ist schon nervig 2 Schuss geht noch aber beim Juggernaut brauchste 3 Treffer ja siehst du immer wenn dieses Herzsymbol da aufploppt ey so unfassbar ey genau es waren 3 Nades da das kann doch einer sein AHHHHH NEIN durch das Loch durch das kleine Loch kommt er oder war er zumindest hey Freezy wo willst du hin ja ich hab die Schritte gehört er kriecht davon er sagte Loch und ich dachte ok ist bei A entschärft schärft nicht mehr haha direkt Zugriff ey dauert zu lange bis man aufhört naja das dauert aber auch richtig lange das entschärfen generell ja Zugriff defused den hat man gehört wie er runtergefallen ist haha ja aber guck mal wie lange ich gebraucht hab also ich hab eigentlich früher aufgehört als Sachse gesagt hat hab ich schon quasi aufgehört sonst hätte ich beide locker geholt locker ey dein Fehler wurde zu defuse ja ne ich wusste ja nicht wie weit die weg sind ja kann man man kanns echt ab und zu mal versuchen also ja also hättest jetzt rumgebrüllt so ne kommt hier oder so dann hätt ich durchgezogen oh wo ist ne pummel Luft piu piu eine rechts außen B ganz außen könnte hoch gehen ins Haus ich mach Drohne an shit 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 da war er unten im Haus unten im Haus ist einer kommt rüber kommt rüber kommt rüber kommt rüber wo ja genau hier nein oh man Leute ey wir müssen mir Backup geben wir müssen mit der Bombe laufen war eigentlich recht kommt auch in Richtung A meine Drohne ist ja noch an Sachse steht da irgendwo da Schotti in der Nähe vorne ich würde dich ja kämpfen das war's kein Tick mehr da ah ne das lol was hat das für'n Geräusch ich glaub der ist über dir ich glaub der ist in der ersten Etage tja ist er jetzt im Haus ich würde ja blenden hat er mich doch gesehen Sachse ist auch da komm nein ja ja richtig gut wer war's denn überhaupt Kundran oder nach Kundran naja gut die Loops haben halt Vorteil mit der Schotti du hast sogar nachts sich gerät auf uh ja ja nade besser aah mh lo da kommt nades ah ne der hat immer wieder los hier oh Gott aah boah ja schreit noch lauter wie viele Nades hast du bitte? ich hab drei warum? das ist ein Perk der Mad Bomber ok keine Drohne mehr fuck man hab ich mich erschrocken holy shit ich hab mich aber auch erschrocken der hat Spawn kommt Richtung A mit der Autosniper mit der Autosniper oh komm dran alter direkt hab ich noch gegenseits oder? nein auf B ist einer Mann da war glaube ich noch ich glaube da war noch einer komm Sachse nein oh ne das war's ich bin du was warst du? es gab ja keine Hitmarker wer war das jetzt? Dardosch ja Dardosch ja Dardosch ja gut das kein fördlich feiern ist doch das mal man auch gewöhnt euch nicht dran ja auf jeden Fall natürlich die Drohne boys ja nicht mehr lang Dardosch hat die Bombe mhm sind auf A boah Gott wie is ich alter außer der der bei B ist das mit äh Claymore und hinter dir ist er auch hinter dir um hinter dir um ach hinter mich dachte der wär da unter dir ja ne ich hab grad auf die Claymore geschossen tut mir leid hätt ich ansagen müssen auf der Treppe liegt im Spawn er ist schon bei uns im Spawn läuft ganz hinten rum ist jetzt ganz hinten rum heee hat einmal kaschiert der ist oben auf dem Dach hat noch mal kaschiert der ist oben auf dem Dach der sieht dich doch ich kaschier gut ich bin runter erstmal er ist er noch in dieser Hütte er hat einmal kaschiert da ist er links 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 dann liest du dich die Wand du kannst dich alles durchschießen hier bei dem Call of Duty nein wunderschön so schnell hätt ich nicht gedacht dass er da ist ach mit der ist schon ok mal los bam hast du Sniper gespielt? ich nicht ne achso Seite hinweg aber ich finde die sind irgendwie halt so ziemlich cool ab und zu nehm ich die einfach just for fun ok leute ok leute jetzt hier metal leute wir haben Radar timet eure Granaten schön auf die Fratz wer hat da Jugger und ist nicht tot wer war NEIN in der Mitte ey ach fick dich doch kein Bob wir spielen lieber Sniper ey da sinds oh schön durchballern sagst du das ach schade ah 5 5 5 das ist schon wieder so knapp ey ja aber auch Sicherheitshalte durch die Wand ist ein bisschen höher sollst du ein bisschen früher kommen können willst du sagen wir so eine Drohne verloren ey ich glaube ich gar nicht mehr hast du gesehen ich bin gestorben ja wir haben die Bombe wir haben die Bombe die 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 oh ne ey war die knapp wieder ja ohne Witz knallrot hier ey du warst nicht knallrot ich weiß dass ich keinen Treffer gemacht habe was Leute ich wurde getroffen piep 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 geht gar nicht entschärft hinter uns in der Mitte in der Mitte nein in der Mitte nice Mann mit entschärfen nice la das war knapp ey ich hab dich runter springen gehört ich hab dich gerade umgedreht ja war zu spät da 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 die die liegen wieder vorne boys so muss das sein ja so wechseln wir mal die Klasse jetzt bauen wir die Führung aus hier rum komm komm hopp auf geht auf geht die ist für freezy nein hat doch schon je okay 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 aber einen haben wir täglich einer ist zu weg einer auch die Bomben entlaube ich ist das ein youtube oder einer ist in der mitte er sieht mich doch wieso ich dachte er war rechts weil ich da einen auf dem radar gesehen habe ich habe nur auf die schüssel geachtet drei hat noch lauter hallo das sagt so ein körper also ich hoffe mal auf mich da so das nübding drin das war von links oder? ich war das nicht, das war kundra kundraan halt dieses nübding drin kundraan ja doch hat er linia was habe ich Sinn? da ist linia drin ja natürlich bei ein 3 in 3 macht das Sinn nein ich habe noch ein Messer mit drin er rutscht noch runter da ich bin der linia oh ne cool, er hat mich durch die Wand gesehen, da steht das Bild dran weißt du, alle voll serious, alle mega ruhig und konzentriert und ne voller panik aus dem gegner sich erwischt und erschießt und alle so PLANTING SIE VOR ja, man muss wissen was Sache ist das habe ich noch nie verstanden meine Dove, warum schreien die das noch? Das ist total unrealistisch. Die sprechen doch eigentlich unterschiedliche Sprachen. Ich habe keine Ahnung, dass wann... Oben in dem Mittelhaus! Mittelhaus oben! Lüge. Nimm das MG und baller den raus! Er ist jetzt am Vorhof. Hallo? Ist jetzt bei A drin. Weiß gegen welches Headset du spielst. Jawoll. Kannst du mal die Fresse halten? Da haben wir doch einen Bobo. Haben wir keine Lebensregeneration? Doch, aber wenn du einen Fallschaden kriegst, dann wird das ewig. Ding, 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 ding. Deckbar! Schön war der. Triple. Aber dafür habe ich zwei schöne Sniperkills auf A geholt. Wo standest du da eigentlich? Direkt in der Kiste. Hä? Da? Ja. Der kam reingesprungen und gibt mir. Ich dachte, was ist das denn? Er ist hinten dann bei B, hinten rechts. Ah ja, ist er noch drin. Ich habe auch gemessert. Oh. Nur weil er den Server aufmacht. Du hast mich getroffen. Ja, mit der Waffe habe ich noch geschossen, danach habe ich noch gemessert. Oh. Was war das? Was war das? Einer ist bei A. Was war das? Das war eine Granade. Nein! Das war deine eigene, du Bubbele. Ich wollte Lohn reinwirfen. Die ist an der unsichtbaren Mauer abgeprallt. Das ist übrigens bei B, Dalu. Äh! Äh! Ja, zu spät. Ich sehe diese Claymore Scheiße. Das Fretzi ist bei A. Bommelicht B, ne? Unterwegs. Lüge. Dadle liegt nämlich schon drauf. Ich muss den Sound auch noch mal machen, Alter. So ein Weasel ist ja schnell, ey. Das Problem ist, dass du die Sounds nicht unterschiedlich umstellen kannst. Ja. Voll ins Ei. Was auf die Bus? Ja. Die Claimer hatte ich auf A gelegt. Hast du das gesagt? So, shit. Ich seh die nie. Ich seh die Claimers irgendwie nicht. Die gehen B, oder? Nein! Ist schon mal einer. Oben bei A. Kunde ist schon oben bei A drin. Schöner Hit. Oh! Hahaha. Schön sagt. Irgendwo bei B. Nein! Ich war am Nachladen! Geht auf B gerade. Okay, der Fretzi ist bei B. Wenn man auch zwei Tubes hat, dann hat er keine Tube mehr. Richtig. Okay, freezing. Wenn man drei hat, dann hat er noch eine. Nein, man hat zwei. Also ehrlich jetzt. Jaaaa! Anxieren! Ah, schade. Das war wichtig, ey. Richtig. Acht, sieben wieder. Komm wieder ran. Ich find's aber trotzdem geil gewesen. Wirst du von einer Noob getroffen? Ripp stehen! Jetzt hier der Panikschuss. Ripp stehen! Das ist doch nicht Panik. Oh, die Kniescheibe. Das ist immer bitter. Ja, ja. Ist gar nicht so tragisch, wenn du da bist. Glauben wir mal. Ja, aber bevor. Es dauert ja noch. Ja. Irgendwo recht? Boah, was lecken die jetzt? Ja, du, wie du grad in Zeitlupe hängen geblieben bist. Das war schön. Hö. Lade! Hö? Geh los. Das war so klar. Ich konnte dich leider nicht rechtzeitig retten. Das war mir klar. Ja, ja. Die ist natürlich entscheidlich für den falschen. Ist, äh, ist schon bei A. Ne, gar nicht. Boah. Ich glaub das hat, das war noch ein bisschen. Das war mir. Ruhe! Wo war? Noch einer! Hinter mir, hinter mir in der Mitte glaub ich. Du hast nur 26 Sekunden. Go, go. Wieso? Diese Lautstärke. Ich glaub er sneakt sich rein, ey. Nice. Nein! Schade für ihn. Er lag beim Brennen im Sch-Game hier. Hätte ich mich mal für Dalu entschieden. Dann hätte ich den Bombenleger danach machen können. Ich glaub ich nehm auch Ninja drauf. Ja, immer. Ninja! Was ich wohl auch machen dann. Ich hab glaub ich seit 5 Runden keiner getötet. Ach, mein Fetzer hier dran. Läuft bei dir. Gerade gegen Dalu's Hetzer musst du das nehmen. War schon 1000 Mal getötet oder was? Oh, schön early. Immerhin. Einen hab ich mitgenommen. Die gehen, äh... Ach, da stand schon einer. Early, ey. Ja! Oben in der Mitte. Im Mittelhaus. Ja, Anna hast du gesehen wo er hingegangen ist, ne? Ne. Ja, ist richtig im Gegend. Genau von da aus. Er könnte im Haus sein, oben. Hätte meinen Schuss getroffen, ey. Hätte mich ziemlich geärgert. Wo war denn du? Unten rechts. Nein, nicht so weit. Oh, schade. Jetzt musst du weg. Habt ihr ihn gesehen? Er war im Haus dann. Wenn er unten rechts gesagt hat, dann ist er wahrscheinlich hinter dir gewesen und oben im Haus. Hast ihn gehört. Rechts davon. Rechts. Der müsste ja genau. Und ich glaube er geht in die rechte Richtung. Zu den Bomben-Spots. Recht von dir genau. Was ist rechts hier? Ja, ich möchte nicht so viel verraten. Ne, ist ja auch gut so. Spannungen. Time's almost up. Spannungen. 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 We've got the ball. Jetzt geht's dem anderen. Er war bei B. Hättest du durchziehen können. Deswegen ist er bei A. Oder er faked. Spannung, es wird was? Ja. Oh Gott. Ich zieh durch. Ich zieh durch. Ich zieh durch. Ja. 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 Glaubst du, das wird was? Ja, ja. Ich glaub schon. Ich zieh durch. Ich zieh durch. Ja, ich dachte in dem Moment auch, er ist einfach bei B. Weil A angesagt war. Als Daniel was gesagt hat, dachte ich wirklich, er ist hinter dir. Und dann hat's gepiept, dann dachte ich, die Bombe wurde gelegt. Ja, genau. Es hat wirklich gepiept. Okay, der macht's wirklich. Ich glaub, das wird was so. Ich glaub, das wird was so. Nein. Doch. Ja. Ja. Das war knapp. Boah. Oben ist einer. Unten ist einer. Links von der B. Oben ist weg, aber irgendwie. Och Mann. Ich hab ihn doch. Einer ist Richtung deren Spawn gelaufen. Also Dalu ist Richtung deren Spawn gelaufen. Shit. Ja. Ach, der war hinter mir. Sag mir nicht, dass er sich durch die Wand getroffen hat. Ne, ne. Alles ganz legit. Warte. Kannst du da die Bombe von besachen? Genau. Das wollte ich testen, aber du hast dich halt schon gezeigt. Ne, vermutlich nicht. So, wir dürfen keine Runde mehr verlieren. So, jetzt haben wir endlich mal den Zugzwang zu drücken. Jetzt sind wir dran. Kommt die Nate. Alle drei tot. Ich muss mir wieder Ruckler reinstellen. Dann ging's besser. Ja. Der ist hinter dir links oben im Haus. Hinter euch links oben. Ja, da hab ich genau den richtigen geholt. Das war so schlecht. Ja. Das war so schlecht von uns. Da wurde ich gerettet. Ne, ich hab den geholt. Ich wurde gerettet. Hinter mir war einer. Da hab ich den Schuss abbekommen. Da liegt da der Kunrat. Er hat ein ganzes Magazin gefressen, aber das hat er irgendwie nicht genommen. Ja, ja, ja. Das war schön. Endlich haben wir hier unser Comeback bekommen. Leute, wenn es euch gefallen, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei allen vorbei. Bis dahin, macht's gut und ciao. Tschüss. Tschüss. Goddard.